Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen beim Drabastammtisch Nummer 4. Heute wieder mit zwei exklusiven Gästen. Ich möchte als erstes mal Grüße nach München schicken. Heute ist ja auch München Dagell, Pfingst, ein Drabrennen und wir haben uns dazu entschlossen. Ich hatte mit Hannes Borat telefoniert und wir reden immer davon, Zusammenhalt im Drabrennsport. Wir haben uns dazu entschlossen, das heute aufzunehmen. Ich habe gelernt, das heißt live on table, lebendig auf dem Bandsalat. Und wir werden das jetzt quasi hier eine Stunde aufzeichnen und werden das nach dem letzten Rennen in München Dagell, Pfingst, dann online stellen, sodass es jeder gucken kann. Wir drücken München die Daumen, hoffen auf einen guten Umsatz und dann fangen wir jetzt auch direkt an. Links von mir sitzt wieder Uwe Küster. Es ist mir wie immer ein Fest, hier zu sein. Ich finde das eine großartige Sendung. Mir macht das immer unglaublich viel Spaß und mir ist das natürlich auch ein großes Fest, das der Hans-Eckshaus-Holland sich aufgemacht hat. Der Sven kommt aus Hamburg. Da sieht man schon mal, offenscheinlich eine gewisse Relevanz haben wir. Ich finde das großartig. Ja, ich finde das auch mega. Hans angefragt. Hans, hast du Bock zu kommen? Jetzt hatten wir so ein bisschen Probleme. Ihr habt ja auch Probleme mit Corona. Das macht ja keinen Halt vor den Grenzen. Du hast sofort gesagt, wenn ich kann, wenn keine Rennen sind, bist du sofort da. Ich schätze dich unwahrscheinlich, Hans. Wir beide verstehen uns, glaube ich, auch privat sehr gut. Erstmal vielen Dank, dass du, ich habe den Namen wieder vergessen, wo du herkommst, aber aus der Nähe von Wolviger. Ja, das konnte ich mir wohl merken. Ein langes Wach heißt das. Ein langes Wach. Ja. Nee, also bei uns gibt es natürlich auch Corona. Es hat ja eine Grenze nicht aufgehört. Also ich habe mich nicht getraut, vor einigen Wochen hier zu kommen, als Alexander Van Dijk hier war. Aber jetzt ist es schon ein bisschen lockerer. Es geht. Ja, ich freue mich sehr. Du bist auch gut über die Grenze gekommen. Sven Bartels möchte ich auch begrüßen. Ich freue mich auch tierisch, Sven, dass du da bist. Vielen Dank. Du kommst, hast du mir gerade eben gesagt, aus Pinneberg. Das ist von uns aus quasi noch ein Stück hinter Bahnfeld. Aber du hast auch trotzdem keine Kosten und keine Mühen gescheut, heute Morgen loszufahren und hier hinzukommen. Nein, also für mich ist es eine totale Freude. Ich habe die ersten Stammtische ja mit euch beobachtet, gesehen, genossen. Und ich denke, es gibt so viele wichtige Themen im Trapprennsport, die man gemeinsam diskutieren kann, die man nach vorne bringen kann. Wo man einfach sagt, es gibt so viele Veränderungen momentan in Deutschland, im Beruflichen, im Privaten. Es gibt Entbehrungen durch Kurzarbeit. Es gibt Veränderungen durch den Verlust eines Arbeitsplatzes. Und genau da hat man auch mit Sicherheit ganz massive Einwirkungen auf den Trapprennsport. Und darüber heute mit euch zu reden, finde ich eine ganz große Klasse und ich freue mich drauf. Ja, nochmal vielen Dank, Sven, dass du hier bist. Hans, was soll ich jetzt über dich erzählen, was die Leute eigentlich so nicht kennen? Ich habe keine Ahnung, was die Leute von mich kennen. Du bist auch Journalator? Das stimmt. Journalator? Stimmt auch. Wolveger? Wolveger. Journalist bin ich auch. Journalist, Trapp und Rennsport. Hauptberuf. Ich bin natürlich Züchter, Besitzer, Fahrer. Wenn ich wieder ein bisschen abnehme, geht das auch wieder. Ach, du hast doch nicht zugenommen. Danke, danke. Ich habe wegen dem Corona, kann ich ganz ehrlich sagen, ist wirklich scheiße. Weil ich habe vier Kilo zugenommen, also Corona ist nicht so gut für die Leute. Warum hast du jetzt auf meinen Bauch geguckt, Hans? Nee, habe ich nicht. Ich habe es gesehen, wie die Augen unten. Nee, also wir haben beide ein bisschen zugenommen. In Holland ist auch alles frittiert. Bitte? In Holland ist auch alles frittiert. Also da musst du dann ja auch nochmal doppelt aufpassen. Da muss man wirklich aufpassen. Also ich passe auf. Aber bevor wir jetzt nochmal ins Detail gehen. Uwe, wir stehen ja in regelmäßigen Kontakt. Wir verstehen uns auch sehr gut. Und ich habe schon mitbekommen, was das für ein Kampf war, überhaupt den Renntag in Gelsenkirchen stattfinden zu lassen. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, bitte. Also das hört sich ja erstmal immer einfacher an. Du hast jetzt irgendwie keine Zuschauer mehr. Damit hast du kein Catering mehr. Sollte man ja in der Theorie sagen, dann hast du ja schon mal sehr viel weniger zu tun. Jetzt müssen wir vom Prozess von jedem Einzelnen, der da kommt, die Daten erfassen. Jetzt erfassen wir also die Daten. Du brauchst einen Personalausweis. Du musst eine Einverständniserklärung, Adresse erfassen und so weiter und so fort. Jetzt kommen die natürlich nicht über den Tag verteilt, sondern alle kurz aufeinander. Das ist schon mal logistisch eine ziemliche Übung. Jetzt gibt es auch welche, die sind jetzt nicht digital 2.0, sondern eigentlich analog 0.0. Also die haben keinen Fax, die haben keine E-Mail. Die erreichen diese ganzen Informationen gar nicht. Die stehen auf einmal und sagen, ja scheiße, ich habe einen Personalausweis vergessen und so weiter und so fort. Also insofern, das ist schon im gewissen Sinne ein bisschen Raketenforschung, die ganze Nummer. Jetzt hatten wir vorher so ein Ziel, komm, lass uns maximal 70 Starter machen am Freitag, sieben Rennen. Geworden sind es 121 Starter, zwölf Rennen. Da denkst du erst mal, upsie, aber ich gehe davon aus mit den Qualis. Nee, nee, Qualis kommen nochmal extra. Wir sind ja auch, sieben Qualis nochmal dahinter, haben uns also entschieden, das auf dem Samstag zu machen. Geht die Party also Samstag direkt weiter, auch mit Stallung direkt nochmal leer machen, sauber machen, neu aufbereiten. Also insofern, das war eine Übung. Wir standen so unglaublich unter Druck, dass dann wieder einer vom Ordnungsamt vorbeikommt und sagt, da ist ein Mindestabstand nicht gehalten, da ist irgendeine Ausschilderung nicht richtig und so weiter und so fort. Uns haben aber, und das ist ungewöhnlich für einen Trabbrennsport, 95 Prozent der Aktiven echt nachher nochmal gedankt. So ein Holzschuh, er ruft nochmal an und sagt, super, ist super gelaufen. Und das ist ungewöhnlich. Also da haben wir schon mal drüber gesprochen, Lob ist immer sowas, fällt einem sofort auf. Weil im Trabbrennsport eigentlich immer so, das ist Kacke. Also eigentlich, wenn einer nichts sagt, ist das schon Lob. Ja. Und insofern waren wir Freitag echt mal richtig glücklich, dass es alles wie eine Schweizer Uhr lief. Wir haben einen, bezeichnenderweise hier von der Fläche, der hat alles ignoriert. Ich habe mal kurz einen Ausflipper gehabt, aber ansonsten, alle anderen funktioniert. An der Stelle nochmal an alle Aktiven, ein super liebes Dankeschön, Respekt. Das war großartig, wie ihr da alle mitfunktioniert habt. Also genau so, das sieht man in schlechten Zeiten, da funktioniert es auf einmal. Also da sind es ja alle, verstehen das und sagen, alles klar, wenn ich das heute nicht mache, dann bin ich hier raus. Und dann geht es auch. Du bist auch positiv bekloppt, da muss man sagen. Wir kennen uns hier jetzt auch schon seit ein paar Jahren und haben das ein oder andere Projekt gemeinsam durchgezogen. Und ich muss wirklich sagen, es macht immer wieder Spaß, sich da auch miteinander auszutauschen und einfach versuchen, das Licht am Ende des Tunnels zu suchen, anstatt immer noch gegen die nächste Wand zu laufen und zu sagen, Mensch, wenn es nicht rechts umgeht, geht es links rum. Und das ist auch das, was, glaube ich, uns so gemeinsam verbindet. Und ich finde es total klasse. Das Kompliment kann ich erst mal wiedergeben, aber in der Regel ist es wahrscheinlich so, dass die meisten sich einig sind, bekloppt ist er in jedem Fall. Aber da gibt es auch die, die ihn eher für negativ bekloppt halten. Aber das ist dann so. Aber was uns, glaube ich, alle hier eint, ist Feuer zu haben, Leidenschaft. Nicht dieses, ist alles kacke und du bleibst doch immer kacke. Damit reißt du nichts. Das ist die Liebe. Ich glaube, das ist die Liebe zum Trabrennsport. Die Liebe, etwas zu bewegen und tatsächlich zu sagen, komm, lass uns was versuchen. Und nicht aufzugeben, trotz dieser vielen negativen Stimmen und einfach versuchen, neue kreative Wege zu gehen. Und das ist genau der Punkt, wenn du nicht brennst für den Sport, wenn du da nicht wirklich Bock drauf hast. Und wenn dir das, du musst auch so ein Stück weit so eine, ich weiß nicht, wie es aussieht, so eine Scheißegal-Einstellung haben über das, was andere Leute über einen sagen, weil das muss man einfach so hinnehmen. Aber man muss ein gutes Gefühl haben, man muss wirklich Spaß daran haben, an dem, was man macht. Und ich glaube, das kann man auch an einige Leute vermitteln. Und es ist wirklich so, der Uwe ist wirklich positiv verrückt. Wenn ich da nochmal kurz eingreifen darf. Du hattest ja mal so einen Vorschlag jetzt, das Ding mit Trotto zu machen und zu sagen, komm, wir stellen mal was auf Trotto und dann deklinieren wir mal alles runter und gehen mal darauf ein, was die alle für Probleme haben. Und ich habe dir irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich bin da reingegangen, ich war total positiv, wollte mit jedem sprechen. Und irgendwann habe ich gemerkt, die pusten mir die Flamme aus. Ich habe keine Lust mehr. Jedes Mal, wenn ich da was lese, wie letztes Mal wieder mit Jackpots und dies und das, dann bin ich drei Stunden Scheiße drauf. Und deswegen da nochmal die Kursänderung. Ich will es nicht mehr. Ich bin da raus an der Stelle. Für all diejenigen, die über unsere Jackpots reden und behaupten, wir veruntreuen da was, bitte mal den Namen nennen. Dann gibt es am nächsten Tag Post vom Staatsanwalt. Garantiert, versprochen. Sowas tut man nicht. Sowas tut man nicht. Man erzählt nicht irgendein schlimmes Zeug über einen, ohne das beweisen zu können. Und ohne den Arsch in der Hose zu haben, sich namentlich dafür nach vorne zu stellen. Das Gleiche gilt, behaupten Leute auf Facebook, wo ich mich rumtreibe, was ich alles mache. Alles gelogen. Alles eine Hetzkampagne. Und mein lieber Kogoschinski, man muss in diesem Sport ein dickes Fell haben. Du weißt es selber, deine Karre zerkratzt. Meine Karre zerkratzt. Rad abgebaut. Zucker im Tank. Die ganze Nummer. Und ganz im Ernst, das ist eine Sache, da habe ich irgendwann gesagt, nee, ich will mich nicht weiter zerstören. Ich mache das nicht mehr. Ich bin da raus. So. Und jetzt fangen wir wieder an, gut drauf zu sein. Ich wollte es noch einmal kurz gesagt haben. Eigentlich wollte ich mir das sparen. Ja, also wie gesagt, ich wollte nicht darüber sprechen, aber ich finde das gut, dass du das für dich persönlich ansprichst und auch darüber reden wolltest. Du bist Freitag zu mir gekommen und dann hast du zu mir gesagt, Marco, wir haben Samstag einen Qualitag. Dir kann momentan leider nicht. Würdest du die Qualis moderieren? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen Stift in der Hose gehabt. Also das war wirklich nicht einfach. Und ich muss wirklich vor allen, die das auch beruflich machen, so wie du, Hans, jetzt in dem Fall zum Beispiel, ich habe es einfach gehabt. Ich habe gesagt, nur acht Minuten, noch fünf Minuten, noch drei, zwei, eins, 20 Sekunden oder bitte verlassen Sie die Bahn. Geht doch. Das ging, aber ihr müsst die Reihenfolge auch noch einhalten. Versuchen wir. Ja, und ihr müsst ja auch noch so ein bisschen Stimmung mit reinbringen, sodass der Zuschauer quasi unterhalten ist. Nochmal erstmal vielen Dank, Uwe, dass ihr das mal machen durftet, dass ich mal reinschnuppern durfte. War eine tolle Sache, war eine tolle Erfahrung. Ich hatte, jetzt nochmal zu dir, Hans, ich hatte gestern war Mönchengladbach. Ich hatte mit Cornelius Lohmann gesprochen, den ich sehr schätze. Felicity. Genau, über Felicity und über zwei, drei andere Dinge, weil ich mag ihn einfach, haben wir uns unterhalten. Und da hat er zu mir gesagt, in Holland ist der Traberstammtisch total beliebt. Ist das so? Das wird geguckt. Der erste Sendung war ein bisschen lang. Das war, glaube ich, eine Stunde und 45 Minuten. Aber das wird geguckt. Zahlbarriere ist ein kleines Problem. Aber man schaut das gerne. Hängt auch von den Gästen ab. Ich glaube, heute wird das gut gehen. Wegen dir. Nee, Michael Niemczyk und Alexander Van Dijk letztes Mal waren auch sehr beliebt. Also nee, das wird geguckt, ja. Und in Holland, muss ich ehrlich sagen, wir haben das jetzt in Wolfiegar uns angeschaut. In Wolfiegar ist das für uns etwas, um uns zu verbessern. Also ihr habt uns den Weg gezeigt. Ja, wir können voneinander lernen. Also das ist wirklich so. Wir können alle voneinander lernen. Wir müssen uns nur verstehen, ob der eine oder den anderen mag, ist erstmal dahingestellt. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Und jetzt komme ich eigentlich darauf hin zurück, was ich eigentlich sagen wollte ursprünglich. Der Cornelis hat zu mir gesagt, also ich habe ihm das gesagt, dass ihr das in Holland machen wollt mit dem Traberstammtisch. Und der Cornelis hat zu mir gesagt, er würde das gerne und viele würden das auch so sehen, jetzt schon sehen, diesen Traberstammtisch, auch wenn keine Rennen sind, um den Leuten ein positives Gefühl zu vermitteln. Ja, also wir waren damit beschäftigt, kurz vor der Corona-Pause. Wir hatten das eigentlich schon eingeplant, einen Tag vor einem Renntag, dass wir einen Traberstammtisch haben. Auch schon Gäste mehr oder weniger nicht eingeladen, aber ausgesucht. Die kriegen wir dann auch hin. Aber wir wollten das dann Freitag senden und Samstagsrenntag oder Donnerstag senden, Freitagsrenntag, einen Tag davor und dann auch Tipps mit dabei. Wir hatten drei Blocke, alles war fertig und dann kam Corona und jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Kurz zu dir, Sven. Ich habe mir zwei, drei Sachen notiert zu dir, aber ich verstehe es nicht so ganz. Ich habe gelesen, du bist der Leiter des Kompetenzzentrums Digitaldruck. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Also eigentlich bin ich Amateurfahrer. Ja, genau. Du bist eigentlich Amateurfahrer. Eigentlich bin ich nur Amateurfahrer und stehe nur hier, um mich so ein bisschen über den Traberrennsport zu unterhalten. Nein, ich selber bin seit knapp 14 Jahren bei der Papier-Union. Wir machen circa eine Milliarde Euro Umsatz in Deutschland und richten seit knapp acht Jahren jetzt regelmäßig den Papier-Union-Renntag in Deutschland aus. Es ist 2012 die Idee davon mal geboren worden, zu sagen, wir brauchen mal eine Veranstaltungsfläche, die so ein bisschen anders ist für unsere Kunden. Da sind Agenturen dabei, also Werbeagenturen, Industrieunternehmen, Druckereien. Und da sind wir damals auf das Event-Location in Hamburg gekommen, weil wir gesagt haben, die Parkplätze stimmen, die Fläche stimmen und das Ambiente stimmt. Und am Abend wollen wir den Leuten noch was Besonderes bieten. Traberrennsport ist nicht so in jedermanns Kopf drin. Und wie gesagt, das war 2012 die erste Idee. Wir sind dann so mit zwölf Partnern begonnen und knapp 150 Kunden. Mittlerweile hat sich das auf über 40 Partner ausgedehnt mit über 400, 500 Kunden. Und das ist genau das, was wir eigentlich vorhaben. Wir wollen neue Leute auf die Bahn bringen. Wir wollen neue Leute an den Rennsport heranführen. Wir haben letztes Mal bei der Traber-Party fünf Anteile mit verlost, um die Leute dann auch so ein bisschen an die Besitzergemeinschaften heranzuführen. Das verstehe ich unter Kreativität. Einfach zu versuchen, Leute für den Traber-Rennsport zu begeistern, neue Wege zu gehen. Und wie gesagt, wir sind seit acht Jahren jetzt Sponsor unter anderem mit. Und das ist so das, was ich versuche. Und wie gesagt, seit 2017 bin ich selber Amateurfahrer. Hat mich auch viel Zeit und viel Enthusiasmus gekostet. Gegen die vielen Türen, gegen die man da vorher gelaufen ist, um überhaupt da hinzukommen. Positive und negative Erfahrungen habe ich da gesammelt. Aber für mich ist es halt wichtig, mit den positiven Aspekten rauszugehen und einfach nach vorne zu gucken und zu sagen, lass uns was verändern. Und das ist ja auch, glaube ich, heute Abend noch Thema, zu sagen, wo können wir ein bisschen konkret ansetzen, wo können wir vielleicht was machen. Und vielleicht geht ja der eine oder andere den Weg mit uns. Ja, wir müssen gucken. Wir haben eine Stunde. Wir wollen locker darüber sprechen. Ich weiß ja selber, ich bin ja auch Besitzer. Hans ist auch Besitzer. Das sind ja sehr schwierige Zeiten momentan. Wie kannst du dich motivieren, überhaupt noch mit dem Sport weiterzumachen? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, die ich mir jetzt in den letzten Wochen auch gestellt habe. Denn die Kommunikation uns Amateurfahrern gegenüber und auch uns Besitzern gegenüber, würde ich für etwas verbesserungswürdig halten, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Als Besitzer hätte ich eigentlich erwartet, da regelmäßig informiert zu werden, wie ist der Stand der Dinge, wie geht es weiter. Als Amateurfahrer, der ja auch monatlich an Profitrainer sein Geld abgibt, wo man sich überlegt, zahle ich diesen Betrag jeden Monat noch, ist für mich ganz klar zu sagen, wie lange mache ich das noch. Und wie gesagt, ich trage das T-Shirt hier, Evolution, Revolution. Ich will nicht zur Revolution aufrufen, aber es ist ganz klar, aus den letzten Wochen zu sehen, das, was ich auch im Forum lese. Und so wie du sagst, es geht mal unter die Gürtellinie. Es ist mal positiv, mal negativ. Es ist mal emotional, es ist mal enthusiastisch. Es ist sehr unterschiedlich, was man dort lesen kann. Manchmal tut es richtig weh, aber irgendwie verbindet uns trotzdem alle die Liebe zum Trabbrennsport. Ob es sachlich ist oder nicht und ob es grenzwertig ist oder nicht. Und diese Liebe, die in einem brennt, dieses Feuer, die in einem brennt, das ist eigentlich das, was mich als Besitzer und als Amateurfahrer noch weiter vorantreibt. Und wenn ich sehe, dass ich damals 300, 400 Kilometer gefahren bin nach Berlin, um beim Roma Matzki zu trainieren, obwohl ich eine Viertelstunde von der Rennbahn entfernt in Hamburg wohne, weil ich da einfach nicht die Gelegenheit bekommen habe, mit einem vernünftigen Pferd zu trainieren oder überhaupt mich dort für den Trablehrgang zu qualifizieren. Da muss ich sagen, da fehlt es in einigen Strukturen. Und da bin ich jetzt einfach froh, dass ich diese Hürde überwunden habe. Und ja, jetzt stehe ich jetzt hier und freue mich, mit euch in der Gruppe zu diskutieren. Ja, in der Tat, so wie du sagst, der Informationsfluss fehlt einfach. Das ist leider so, wie ich mit Hans vorhin, oder wir haben ja noch darüber gesprochen, dass es auch anders gehen kann. Das hat ja auch was mit Motivation zu tun. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Ich will jetzt hier über niemanden schlecht reden. Das ist nicht der Punkt. Was mich allerdings interessieren würde, Hans, ihr habt ja eigentlich, jetzt Corona bedingt natürlich nicht, aber ihr habt eigentlich 52 PMÜ-Rennentage, wenn ich da richtig informiert bin. Wie macht man das? Dann könnte uns nicht welche abgeben. Also die Frage haben wir schon bekommen, als wir nicht veranstalten konnten, ob das vielleicht irgendwie mit, und das muss ich sagen, zur Kommunikation. Heinstell kann man vieles untersagen. Heinstell war sofort mit dabei, um mit Wolfiger eine Verabredung zu machen, wenn die Tage bei uns nicht veranstalten werden, können wir das vielleicht in Deutschland tun und dann ein Verdienmodell für beide machen. Dass Deutschland auch davon profitiert, aber Holland auch. Also da passiert vieles und das ist keine öffentliche Kommunikation. Das ist gute Kommunikation, was keiner merkt. Also man muss auch den Leuten ein bisschen Kredit geben. Dass wir 52 Tage haben, kommt glaube ich, weil wir ein Produkt hingestellt haben, das hat ein paar Jahre gedauert, das sehr professionell ist. Kasper Felding hat die Bahn übernommen, hat ihn drei Millionen gekostet, ist eine kompakte Bahn, was gut ist, wenn ich darüber schaue. Das Ding ist berechnet auf 10.000 Leute, da kommen nirgendwie 10.000 Leute irgendwann wieder hin. Das muss ein bisschen kompakter sein, aber man kann es nicht runterreißen und was Neues bauen. Das geht nicht, dafür gibt es kein Geld. Also das Ding liegt da. Aber wir haben ein kompaktes Ding. Er hat alles professionell angefasst. Er hat gesagt, ich stecke drei Millionen rein. Er hat einen Professional, der die Finanzen macht, Echo Kishes. Das ist der Allerbeste, der es gibt. Er hat einen Bahnmanager, Ralf Decker. Er hat die täglichen Beauftragten wie Uhr. Er macht alles, was so vorbeikommt. Er hat, und das ist ganz wichtig, einen guten Kontakt zu Frankreich über Patrick Davidson. Den kennt keiner, aber Patrick Davidson kennt jeder in Frankreich. Ich kenne das Besitzer bei Henke, kann das sein? Genau, ja. Die weiß-rose Farben, das sind die Farben von Ajax Amsterdam. Das ist sein Klub. Ich sage immer, das sind auch die Farben von Feyenoord Rotterdam. Dann ist er geärgert. Das mache ich ab und zu absichtlich. Aber der Mann hat so viele Kontakte in Frankreich, dass wenn es mal zur Verteilung von Renntage kommt, dann ist er mit vorne dabei. Also wenn man die Nase vorn hat, dann ist man auch vorne mit dabei. Und die sehen ein Produkt, das stimmt. Und was wirklich gut ist, wir haben das schon mal besprochen. Die Bilder bei uns werden gemacht von der Firma Faber, Faber Audiovisius. Die sind schon Jahre auf der Bahn. Hat damals angefangen mit Faber Senior. Das war ein alter Mann, der früher mit dem Wagen durch die Gegend gefahren ist. Hat einen Lautsprecher auf dem Ding gehabt. Und da hat er gesagt, nächste Woche gibt es Renntag da und da. So hat er angefangen. Jetzt ist es ein Multi-Betrieb, das Formel 1 macht. Ski-Veranstaltungen überall, der ganzen Welt. Großkonzerte, wenn Madonna auftritt, wird Faber angerufen. Und der macht bei uns die Rennen. Und das Vorteil ist, der Vorteil, Faber hat selber Pferde. Und der ist so beschäftigt mit seinen Pferden. Hat alle Pferde bei Paul H. Gort in der Why Not Stable und der Victoria Park Stable. Der ist so mit da beschäftigt, der rechnet nicht, was er rechnen muss. Der stellt alles dahin und sagt, wir nehmen teil. Das geht hier gar nicht. Wenn du eine Kamera extra möchtest, weiß Uwe auch, da muss ein Kameramann dahinterstehen. Kostet so 15, 2000 Euro am Tag. Und er sagt, mach mal. Und dann geht das. Ja, also ich habe mit Uwe auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Die Bilder bei euch in Wolviger, die sind wirklich unglaublich. Ich denke, das wirst du bestätigen können, Sven. Ja, also ich verfolge auch sehr viel im Trotto. Ich verfolge sehr viel an den Wochenenden. Schau mir das zu Hause an. Und ich muss wirklich sagen, top, passt. Also da wird viel Mühe gegeben. Und es ist professionell. Wenn einer mal versagt, wird er darauf angesprochen. Im normalen Bereich. Aber danach geht es wieder hoch. Und verbesserungsfähig sind wir immer. Den Traber stammt jetzt von hier. Finden wir verbesserungsfähig für uns. Also nehmen wir gerne mit. Und andersrum könnte es natürlich auch funktionieren. Ist überhaupt kein Problem. Ja gut, ich sage mal, ich denke auch für uns ist der verbesserungsfähig. Aber das ist jetzt erst der vierte. Und ich denke, wir müssen das alle lernen. Ja, und nur so kann es besser werden. Nur man muss einfach am Ball bleiben. Ich glaube, auch nur so kann man sich austauschen und neue Ideen kreieren. Dass man wirklich sagt, Mensch, was macht ihr? Was machen wir? Welcher Rennverein macht vielleicht was anders? Was können wir vielleicht Gutes oder Schlechtes aus Schweden übernehmen? Und dann wirklich aus allen das Beste vielleicht versuchen, dann auf die lokalen Mentalitäten runterzubrechen? Wir schauen uns ja um. Also wir schauen Echidia. Wir sehen Frankreich. Jetzt ist es wieder losgegangen. Man sieht Frankreich, die Bilder, die Interviews vor dem Rennen, nach dem Rennen. Das sind alle Dinge, wovon wir sagen. Studiosendung. Das sind Dinge, die möchten wir auch. Ist alles aber nicht. Ich habe ja Echidia gearbeitet damals in Frankreich, in Paris. Wie Dirk Dacinski auch. Wir sind da hingefahren. Das erste Mal habe ich mich verlaufen. So groß war der Gebäude. Ich musste unter im Keller sein. Ich bin oben im dritten Stück gelandet. Und ich habe den Keller nicht gefunden. Vielleicht bin ich dann blöd. Aber so groß ist das. Da arbeiten vielleicht tausend Leute. Und die machen Trabrennsport. Das kann man nicht vergleichen. Aber man kann so viele Dinge davon lernen. Einige Dinge kann man mitnehmen. Du sagst gerade, er produziert ja auch die Formel 1. Mich würde zum Beispiel interessieren, warum wird nicht zum Beispiel vor jedem Rennen werden zwei Fahrer ausgelost, die zum Beispiel eine GoPro auf den Helm bekommen, um dann einfach mal ganz andere Bilder zu übertragen. Ist auch eine Idee. Aber ich wollte gerade sagen, ich wollte kurz unterbrechen. Uwe, das ist das, was er, ich glaube, Startwagen, wenn mich nicht alles täuscht. Und einen Fahrer raussuchen, der eine GoPro auf dem Helm kriegt. Und dass man da auch wirklich geile Wände hat. Muss man aber einen Fahrer haben, die hinterher fährt. Weil wenn du einen Holländer nimmst, fährt vorne. Siehst du nur der Bahn. Ja, aber es gibt auch Holländer, die hinterher fahren. Die gibt es nicht. Die kenne ich nicht. Doch, ich kenne das schon den einen oder anderen. Aber ist ja auch völlig egal. Aber die Idee ist grandios. Also ich habe da mal ein bisschen gekramt. Dann kam erst, wir brauchen GoPros und wir brauchen aktivere Fotos. Da rennst du bei mir in ein offenes Scheunentor ein in so einer Nummer, weil das ist tatsächlich so, dass die Bilder viel aktiver werden müssen. Dann haben wir mal geguckt. Und ich bin ja jetzt nicht nur ein Win-Race-Freund. Aber wir haben von 2012 dann einen Film gefunden. Grand Prix de Louis T. Da haben die das ganze Programm abgefackelt. Am Scherbaum, auf dem Helm, am Startwagen, im Rennleitungswagen. Das sieht doch super aus. Das Ding war so aktiv. Du warst die ganze Zeit dabei. Bam, 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 bam. Und das ist doch, wir fragen uns, warum ist das langweilig? Ja, die Antwort, die müssten wir uns eigentlich selber geben können. Weil das zu statisch ist. Du musst richtig drin sein. Und diese Bilder waren grandios. Muss ich wirklich sagen. Und da muss man wieder sagen, man muss einen nicht unbedingt mögen, um auch mal zu sagen, der war aber gut. Genau so ist es nämlich auch. Du musst das Gefühl haben, als Zuschauer dabei zu sein, um auch für dich ein Gefühl für den Sport plötzlich zu entwickeln. Und nicht nur Langeweile verspürst, sondern auch sagst, ey, das ist echt toll, was sie da veranstalten. Wir haben gerade den Formel 1 angesprochen. Also habe ich getan. Aber ich kann mich noch erinnern. Formel 1, da waren Bilder, waren vor einigen Jahren, aus dem Wagen heraus in Monte Carlo. Und da siehst du, wie die mit 300 auf dem Kurve zugehen, bremsen, Kurve rum und wieder Gas geben. Dann sitzt du vorne auf deinem Sofa. Und wenn du das mit Pferden machst, ist genau das Gleiche. Ich habe die Bilder auch gesehen, wenn Gelomini zum Beispiel, letztes Mal, wenn Prida Merique die Kamera mitgehabt hat, du fieberst mit. Die Bilder siehst du nachher erst, weil im Rennen kann man die nicht reinschalten. Aber nachher muss man das benutzen irgendwie, um den Gefühl überzubringen. Aber dann ist die Frage, wenn du das irgendwie an ein Podium geben möchtest, ist immer in der Sport, weil außerhalb der Sport ist keiner interessiert. Wenn du sagst, guck mal, schöne Bilder, sagen die Trabrennsport. Ja, ja, aber der Trabrennsport, also wir hatten ja im Januar diese Checkübergabe für die Kinder, die Geschichte kennst du ja. Da waren ein paar Kinder dabei und da haben wirklich viele gesagt, ey, wir haben ein ganz anderes Bild von diesem Sport gehabt. Die sind hier, meine Tochter, also Julia, ist mit denen hier rumgelaufen und hat ihnen das gezeigt. Die sind in die Stallungen reingegangen, die konnten die Pferde berühren, die konnten den Sport nah erleben und die haben gesagt, ich habe das so nicht vermutet, dass der Sport so toll ist. Aber es ist eigentlich ganz leicht. Ihr habt hier früher den Schalke 04-Renntag gehabt. Das war ein großes Ding. Da kam jeder aus hier, aus dem Ruhrgebiet, kam hier hin, weil die Jungs waren da. Zum Beispiel, ich habe zu einer Christoph in Hamburg auch gesagt, man kann es da sogar zweimal machen. Machen HSV-Renntag und St. Pauli-Renntag, muss nur ein paar Wochen dazwischen sitzen, dass die sich nie aufeinandertreffen, aber dann hast du so viele neue Leute auf der Bahn, wenn nur die Spieler da sind und man lässt die, weiß ich was, mit einem Doppelsulki mal eine Runde fahren und danach gibt es Autogramme und weiß ich was, dann hast du 10.000 Leute auf der Bahn, zweimal. Das denke ich auch, aber meine nächste Frage geht jetzt an dich, Sven. Du hast ja gesagt, bei Equidia, Riesengebäude. Ja. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Equidia ist ein Milliardenunternehmen. Genau. Die können sich das erlauben. Ich fände es ja auch mega, wenn wir solche Bilder hätten, annähernd solche Bilder hätten. Ist schwer zu finanzieren. Wo sollen wir Leute herkriegen, die da sagen, ey, ich steige damit ein, wir machen das. Erstmal muss ich sagen, wenn wir unseren Renntag organisieren, haben wir auch immer einen Begleitbus dabei. Und wenn du siehst, wie dann die Leute mit strahlenden Augen aus diesem Bus aussteigen, nachdem sie einfach mal diese zwei Runden mitgefahren sind, wo sie dann tatsächlich sagen, hey, jetzt habe ich erstmal ein Gefühl für das Tempo, was da stattfindet, für die Dynamik des Sports, für die Eleganz der Pferde. Da muss man, glaube ich, ansetzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so teuer ist, da meinetwegen im Rennleitungswagen eine Kamera mit zu installieren. Einfach, um die Leute auf diese Reise mitzunehmen. Erstmal wirklich da tolle Bilder zu liefern, so wie du vorhin sagtest, eine GoPro und dann damit anfangen, die Leute heranzuführen. Und die Finanzierung, ganz klar, ist ein ganz großes Thema. Habe ich auch noch ein paar Ideen dazu, können wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Aber ich bin der Meinung, Kreativität muss nicht immer teuer sein, sondern es geht auch, glaube ich, mit kleinen Werkzeugen in diesem Umfeld. Denn wir sind selber im Papiermarkt, du hattest mich vorhin gefragt, Kompetenzzenter Digitaldruck. Der Papiermarkt an sich ist seit Jahren rückläufig. Der Papiermarkt ist seit Jahren unter Druck. Und als ich vor 14 Jahren anfing, hatten wir ungefähr doppelt so viele Druckereien noch in Deutschland, wie wir sie jetzt haben. Das heißt, ähnlich wie im Trabrennsport muss man kreativ sein, um Erfolg zu haben. Und man kann trotzdem in einem Markt bestehen, der rückläufig ist, wenn man Feuer hat, wenn man brennt und wenn man versucht, mal neue Wege zu gehen und nicht immer zu sagen, Mensch, das hatten wir vor zehn Jahren so und das hat noch nie funktioniert. So wie du sagst, mal neue Kameraeinstellungen, so wie du sagst, mal neue Leute vielleicht im Gleitbus mitnehmen. Uwe jetzt mit der GoPro, das sind doch Kleinigkeiten, an denen Stellschrauben, das letzte Woche mit der Emma Stolle, wo wir gesagt haben, so ab dafür. Allein so ein Slogan, muss ich sagen, finde ich cool, das reißt die Leute mit. Naja, das ist ja auch das, was am Ende was bringt. Weil ich sage mal, wir können uns nur gegenseitig unterstützen, wenn wir Ideen haben und diese ja auch umsetzen. Ich weiß, dass der Uwe ein absoluter Verfechter ist von, früher war alles besser. Ich auch. Ich finde das scheiße, denn wir leben jetzt und wir müssen gucken, wie es jetzt vorwärts geht. Du siehst auch bei der Emma, also wie viel Feuer, die Nulli ist jung, die hatte da Bock, die kommt da hin. Wollte ich sagen, ich bin alt? Und ich... Und sieht es auch viel besser aus, als ich... Ja, also unbisschen... Jetzt bin ich auch beleidigt. Aber im Grunde genommen haben wir uns auch sehr geändert. Also vor drei Jahren hätten wir noch gesagt, wo kommt die überhaupt her, wie lange Trabbrennsport-Erfahrung hat die denn überhaupt wie oder was oder ist doch alles Kacke. Nein, jetzt hat selbst der Letzte begriffen, die ist doch super, wenn die was dazu beitragen kann, dann muss sie hier nicht ihren 15-seitigen Lebenslauf abliefern, die macht das gut, Ende aus Mickey Maus, ab dafür. Erfahrung ist nicht unbedingt ein Plus. Erfahrung kann helfen, aber Erfahrung, wenn das heißt Routine, ist das schon rückwärtig. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde dieses ab dafür, also wir sind ja gemeinsam, weil wir haben die Wetten abgegeben und irgendwann sagte sie ab dafür, also Emma sagte dann ab dafür und dann habe ich gesagt, ey, das ist eigentlich ein geiler Slogan, ab dafür. Also ich finde, man müsste auch mal vielleicht beim Vorfeld von einem Renntag mal so kleine zwei, dreiminütige Trailer aufzeichnen und die ab dafür nennen und den Renntag dann auch in zwei, drei Sätzen einmal so seine Bockpferde benennen. Was ich richtig gut fand in eurer Sendung, war die Leute, die interaktiv mitgeschaltet haben und gesagt haben, wie zum Beispiel Sven, mach mal ein Hunderter für mich und das und das. Das kannst du aber auch vor der Sendung schon einsammeln und dann eine Liste machen. Erster Rennen haben wir drei Jungs, die haben das, das und das und das machen wir so und so und du kannst mal Kontakt nehmen mit den Leuten. Leute, dann ist das interaktiv, Leute schauen mit, weil jeder, der sagt, Sven möchte den 100 auf Sieg haben, ich nenne nur ein Beispiel, aber dann möchten die auch sehen, ob es kommt. Natürlich möchten die das sehen. Die bleiben dran, die bleiben dran. Ja, natürlich möchten die das sehen. Und wenn die 100 auf Sieg wetten und die sehen das Pferd nicht, dann geht der Quote hoch, nehmen die ein anderes Pferd und das hilft auch. Aber das muss man eigentlich vorher einsammeln. Das war jetzt spontan, aber kann man auch vorher tun. Das kann man vorher tun und ich habe ja dann der Rodegang Elkendorf, ich mag ihn sehr gerne, wir sind auch relativ gut befreundet, der hat mir ein Foto aus seinem Garten geschickt, das habe ich auch kurz in die Kamera gehalten, die saßen da mit sechs Mann und der hat mir geschrieben, Marco, wir finden das. Anderthalb Meter, oder? Ich glaube, ja zwei. Aber der hat mir halt eben auch geschrieben, so viel wie wir heute wetten, haben wir schon lange nicht mehr gewettet, weil es so kurzweilig ist und da haben wir doch genau das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollen. Genau das ist es, ja. Und das ist nicht so schwierig. Das ist nicht schwierig, du musst nur Bock drauf haben. Ja, und du musst echt sein. Wir haben lange auch immer was verkauft, was wir gar nicht waren und wie wir nicht sind. Wir sind alle so, wie wir sind und das sollten wir auch verkaufen. Jeder aus seiner Sicht heraus, was er daran liebt, wie er das liebt und es auch so rüberbringt. Also gab mal so eine Kampagne Siegertypensport. Lieblingsthema von mir. Hatten wir Oliver Kahn, oder? Ja, ja, also. Du musst Eier haben. Du musst Eier haben. Oliver Kahn, der liegt bei uns ganz da. Grit-Girl-Style, dieses. Und da kommt jetzt der Typ von der Kö und sagt so, boah, fühle ich mich total abgeholt, komme ich mal mit meinem Bentley hin und Siegertypen. Ja, das sind wir nicht. Also das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, wir sind ein bisschen schrullig, kauzig. Schwullig sind wir nicht. Doch, wir sind total schrullig. Doch, aber ich finde das geil. Und wir sind ein bisschen so Ruhrpott hier beispielsweise. Das leben wir auch total. Und wir lieben diesen Sport. So, und das müssen wir so verkaufen. Und dann wird auch ein Schuh draus, meine ich. Ich sehe das genauso. Was mir wirklich sehr im Herzen liegt, ich war jetzt zweimal Gast bei euch in Wollweger zur Wetter-Trophy. Ich bin da ein absoluter Fan von. Das war eine Veranstaltung von der Begrüßung bis zum Essen, bis abends an der Bar stehen. Bis wir euch im Wagen getreten haben und wieder zurückgingen. Ja, wir sind ja auch noch hingebracht worden. Alles war da, Taxi. Ich fand das so geil. Und ich möchte das in Deutschland haben. Da muss es doch eine Möglichkeit geben. Marco, es kommt aus Deutschland. Aber so professionell. Nein, es war so professionell. Es ist erfunden worden von Martin Fink. Martin Fink hat das alles ausgedacht, hat das in Hamburg zusammen mit Henne Christoph veranstaltet. Und da gab es eine Diamantgruppe, eine goldene Gruppe. Und da konnte man sich einkaufen und konnte nachkaufen. Da gab es unterschiedliche Regeln. Problem war aber, man wettet immer gegen sein eigenes Geld, weil es gab keine PMÜ-Veranstaltung da. Und sobald bei uns PMÜ kam, haben wir gesagt, jetzt können wir das Geld machen. Das können wir das auch tun, auf unsere Art und Weise. Aber dann wettet man nicht gegen sein eigenes Geld. PMÜ-Renn-Tage, 300.000, 400.000 pro Renn. Also da kann man wetten, ohne dass, wenn du 1.000 wettest, weil 1.000 ist das Maximum, womit du anfängst. Wenn du 1.000 wettest, geht der Quote 20 Cent runter, wenn du Sieg wettest. Also da war eigentlich der Entschluss, um das mal in Holland zu tun. Und wir haben eigentlich den Konzept von Fink und Christoph benutzt in Holland. Und wir danken die immer noch und laden die auch immer ein, dass es irgendwie so sich entwickelt hat. Weil es ist bei uns jetzt eine Veranstaltung ohne Ende. Also es macht so viel Spaß. Ich finde auch, vielleicht kann man sich da mal zusammensetzen und gemeinsam Weg finden, wie wir das hier in Gelsenkirchen vielleicht mal machen können. Natürlich, in der Warnoast-Club. Dann laden wir den Händler noch ein und den Meister Fink und dann geht es ab dafür. Also mega, finde ich. Also Hamburg wird das auch tun. Hamburg hat schon eine Veranstaltung, jetzt kommt der Corona wieder dazwischen. Hamburg hatte schon eine Veranstaltung vor. Und ich habe schon mit den holländischen Gästen, die bei uns immer wetten, organisiert, dass wir unter die gleichen Bedingungen nach Hamburg gehen. Für die Deutschen bezahlen wir immer alles. Hotelzimmer, Essen, Trinken, Taxis, alles. Ja, und vom Feinsten. Ja, wirklich vom Feinsten. Wirklich, das Allerbeste. Ich habe in meinem Leben noch nie in so einem schönen Bett gepennt. Vier-Stern-Hotel, also besser geht's kaum. Aber wir haben mit Hamburg verabredet, wenn es da passieren sollte, bringen wir die holländischen Teams mit nach Hamburg und wir machen das da. Also es geht interaktiv und das ist genau das Wichtige. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, zusammenhalten und zusammen was bewegen zu wollen. Ich gehe mal davon aus, dass Sven, der wäre mit Sicherheit auch dabei bei so einer Wetter-Trophie. Ganz bestimmt. Also das sind ja auch Sachen. Wetter Sven, oder? Bedingt. Wetterst du, ja? Ja, ich habe so meine Grundregeln, wo ich einfach sage, das, was wir letzte Woche gesagt haben, so 50 Euro ist das Limit nach oben und nach unten. Und dann ist man zufrieden, man will genießen. Ich bin jetzt nicht der typische, ich sage es mal, Oberzocker. Aber das, was ihr jetzt gerade austauscht, finde ich total interessant. Denn das sage ich auch meiner Tochter immer. Hab zehn Ideen. Wirf die zehn Ideen in den Pott rein und achtmal wirst du zerrissen. Achtmal wird gesagt, vergiss es, das ist Mist, das funktioniert nicht, das geht nicht. Aber wenn diese zwei Ideen übrig bleiben, dann sind wir schon drei Schritte weiter zu sagen, das ist ein guter Weg. Und wir haben Herausforderungen hier bei uns in Deutschland. Wir haben einen Rückgang der Wetter, wir haben einen Rückgang der Besitzer, wir haben einen Rückgang der Startpferde. Klar, man kann alles negativ betrachten, aber man kann auch sagen, lass uns doch aus dieser Krise gemeinsam gestärkt rausgehen. Lass uns doch mal versuchen, keine Freundschaften zwischen den Rennvereinen zu schließen, aber versuchen, eine Harmonie herbeizuführen. Einfach zu sagen, vielleicht mal eine gemeinsame Rennserie auf die Beine zu stellen. Wir waren vor zwei Jahren, hatte ich dir ja vorhin erzählt, mit der GoTrapGo-Truppe ganz gut dabei. Das hat sich jetzt leider zerschlagen. Da hatten wir einen Sponsorenpool zusammengestellt, wo wir gesagt haben, und das wäre ein guter sechsstelliger Betrag gewesen für den deutschen Traprennsport. Der ist dann aus verschiedenen Gründen leider geplatzt. Das brauchen wir jetzt hier nicht weiter erörtern. Wo man dann einfach sagt, das sind doch Ideen, verschiedene Rennbahnen zusammenzuführen. Und dann komme ich auf deine Frage zurück wieder, wie sich sowas finanzieren lässt. Es gibt, glaube ich, noch Unternehmen dort, die gerne investieren würden in einen Sport, in eine Gemeinschaft, wo auch unsere Agenturen, wir haben sehr viele Werbeagenturen, wir haben sehr viele Industrieunternehmen, das sind Geschäftsführer, das sind Prokuristen. Da ist auch entsprechend ein bisschen Geld da, wo man einfach sagt, die wollen jetzt nicht ihre Tausende Euro verzocken, aber die wollen Spaß am Sport haben. Wenn man sieht, wie die sich freuen, wenn sie ihre 5-Euro-Siegwette bei unseren Renntagen mitplatzieren, werden, wie sie sich darüber informieren, mit kleinen Anteilen an der Traberparty sich zu engagieren, wie sie mit glänzenden Augen aus dem Doppelsulki aussteigen. Das sind doch die ersten Wege, wo man einfach sagt, und über diesen Weg versuchen, dann wieder Richtung Wetten zu gehen und da entsprechend aktiv zu werden. Das sind, glaube ich, die ersten kleinen Schritte. Und bei so einer Wettgemeinschaft, jeder Euro hilft und gemeinsam für den Traberin-Sport dort, was habt ihr letzte Woche gesagt? Pferde wetten heißt Pferde retten oder so. Genau. Deswegen habe ich auch ganz spontan dich angerufen. Das fand ich super. Habe ich gesagt, komm, setz 50 Euro. Ich möchte einfach meinen Beitrag dazu leisten. Und dann haben ja nachher noch, glaube ich, zwei, drei weitere sich mit engagiert. Total coole Idee. Können auch einige wieder sagen, Mensch, das ist doof, ein Unterhaltungsprogramm. Und was machen die beiden da? Das ist besser als ohne Unterhaltungsprogramm. Ganz genau. Als was für ein Unterhaltungsprogramm? Ohne. Ohne, natürlich. Dann ist es besser. Das ist auch genauso, wie du sagst. Zehn Ideen haben. Natürlich können acht schlecht sein. Aber wenn man nicht aufgibt und wenn man an das glaubt, was man liebt, dann findet man immer irgendwas, wo man sagt, jo, das kann man gemeinsam bestreiten und das kann wirklich helfen, alles besser zu machen. Nur mal hier. Und dieser Traberstammtisch. Oh ja, was soll denn das bringen? Und das sind immer die gleichen Themen. Und dies und das. Da haben jetzt alle Bock drauf. Und du siehst, ich habe auch den Eindruck, dass im Moment ganz viel passiert. Dieses Gemeinsam-Führend-Trabmann-Sport ist auch eine schöne Idee. Aber es sind alles Sachen, langsam geht da was los und die probieren alle. Und da merkst du wieder so einen neuen Spirit, die Leute werden aktiv, die haben Bock, die fangen an, langsam wieder ein bisschen zu brennen. Das ist ein wichtiges Symbol. Ich sehe das genauso, Uwe. Ich finde, es bewegt sich immer mehr. Es dauert natürlich alles so peu a peu. Natürlich gibt es die Leute, die sagen, Herr Traberstammtisch, immer dieselben Themen. Ich finde nicht, dass es immer dieselben Themen sind. Wir haben ja auch immer andere Gäste. Und ich finde, wenn wir Ideen sammeln, können vielleicht andere auch die Ideen aufnehmen und was verändern. Loriot sagte immer, früher war mehr Lametta. Der Opa sagte das immer. Aber das ist eben nicht das Thema, ob es früher besser war. Wir müssen endlich mal die Augen aufmachen und dann sagen, komm, ab da her. Aber, Uwe, es gibt einen Spruch, so gut wie früher ist es nie gewesen. Das ist wirklich so. Früher, vor 25 Jahren, haben die alle gemeckert. Es war nicht gut genug. Und jetzt sind wir 25 Jahre weiter und es ist auch nicht gut genug. Es ist nie gut genug. Es gibt aber noch einen anderen Spruch. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ja, das stimmt. Und das ist so mein Leitsatz, mit dem ich eigentlich seit 20, 30 Jahren durchs Leben gehe. Immer wenn man denkt, es geht nicht weiter, es gibt für jedes Problem, gibt es eine Lösung. Und die Veränderungen, die wir in Deutschland erleben zurzeit, wo man einfach sagt, die Strukturen verändern sich, das Freizeitverhalten verändert sich bei unserer Generation. Wie kriegen wir es hin, dass auch mal 20, 30, 40-Jährige bei uns auf die Rennbahn kommen? Und vielleicht mit Afterwork-Partys. Da hatten wir uns, glaube ich, vor zwei Jahren mal drüber unterhalten. Das ist auch ein Erfolg in Frankreich. Ja, das fehlt mir hier, wo man einfach sagt, warum geht am Donnerstagabend eine Gruppe irgendwo in ein Hotel hinein auf eine Dachterrasse mit ein bisschen Musik? Warum machen wir das nicht bei uns auf der Rennbahn? Klar, wenn jetzt viele Leute lachen und sagen, Mensch, haben wir schon alles diskutiert, haben wir schon alles probiert und so weiter. Aber das sind so Ansätze, wo ich einfach sagen muss, lass uns doch mal was versuchen. Meinetwegen mit einem Freigetränk mit dazu, mit einem zwei oder fünf Euro Wettgutschein mit dazu. Einfach mal, ne? Und das Ding ist eben, haben wir alles schon mal probiert. Also das ist auch so ein Totmacher-Ding. Das ist so eine richtiges Kaputtmacher-Phrase. Haben wir alles schon mal gemacht. Ja, wer hat das denn wie gemacht? Also da kommen irgendwelche Leute, die haben noch nie irgendwas verkauft, die haben noch nie irgendeinen Kindergeburtstag organisiert und pfeifen an La Paloma und tun so, als hätten sie das schon mal gemacht. Das war halbherzig. Die hatten kein richtiges Herz dafür. Und das musst du, so eine Nummer, so ein Afterwork-Ding, da brauchst du einen für in der Hotellerie, der das richtig macht, der da aktiv einsteigt, dann funktioniert das auch. Das wird funktionieren. Du musst aber vorher ein paar Veränderungen vornehmen. Also du musst auch an der Basis ein bisschen arbeiten, wo man einfach sagt, in welchem Ambiente haben wir das? Ist das repräsentativ? Kann man da wirklich Gäste und Leute empfangen? Ist es so, dass wir zum Beispiel nach amerikanischem Vorbild, habe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel The Meadows abends im Fernsehen gucke, da hat jedes Pferd immer die gleiche Farbe. Die Nummer 4 hat immer grün und ich glaube, die Nummer 6 hat immer gelb. Warum haben wir das in Deutschland anders? Gerade wenn du nicht dich regelmäßig damit beschäftigst, die Pferde Namen nicht kennst. Du musst doch Leute versuchen, heranzuführen, zu sagen, wie kann ich mich trotzdem mit der Nummer identifizieren? Man kennt die Fahrer nicht so, ob das ein Mike Wilder ist oder wer auch da drüben gerade dementsprechend fährt oder hier in Deutschland. Michael Nimczyk kennt jeder, aber ob da nachher ein Nils Jongejans drin sitzt oder ein Sven Bartels oder wer auch immer, eigentlich interessiert das doch die Leute nicht, sondern sie sehen ihr Pferd, sie sehen in dem Pferd, sehen sie da ihr 5 oder ihr 10 Euro Gutschein dementsprechend laufen und dann wollen sie einfach sehen, wo läuft mein Pferd und gerade auf Bahnen, wo wir vielleicht nicht so die Leinwände haben, wo wir vielleicht nicht so die Übertragung haben, du siehst einfach zu wenig und da müssen wir ansetzen. Warum denken wir nicht mal darüber nach, macht da wirklich einheitliche Nummern, dass immer die Nummer 4 grün hat, nach amerikanischem Vorbild? Ja, das hat mit die Heats zu tun, weil wenn die 4 aus dem 2. Rennen ist oder die 4 aus dem 4. Rennen, möchte man gerne sehen, welche Farbe. Aber warum funktioniert das in den USA? Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber hier geht es nicht. Also ich persönlich glaube auch, dass jedes Rennen seine eigene Farbe braucht, um die Pferde auseinanderhalten zu können, weil es kann natürlich schon sein, dass es im 2. Rennen Michael Nimczyk die 4 fährt, im 3. Rennen auch und dann weiß ich vielleicht gerade in dem Moment auch nicht, welches Pferd das ist. Also diese Rennfarbe, das ist aus meiner Sicht auch nicht so richtig gelebt. Da müssten wir noch aktiver werden. Aber vom Grundsatz bin ich auch ein Freund von Rennfarben, aber das müsste man noch ein bisschen stringenter nach außen tragen. Aber unbenommen dessen, das ist ja genau das Problem, kein Schwein kennt hier eigentlich die Handelnden. Und warum? Weil wir uns nicht interessant gemacht haben oder nicht interessant genug gemacht haben. Und das ist ein langer Weg, den wir da tun müssen, aber wir müssen wieder Köpfe entwickeln. Ich glaube, das muss man auch nicht mehr über die Pferde tun. Also in Holland habe ich das schon aufgegeben. Das letzte Pferd, das in Holland jeder kennt, ist der Action Squatter. Davor Henry Baltesorg, Jojo Baltesorg. Sonst kennt keiner mehr eine. Das ist mehr als 20 Jahre her. Man muss jetzt die Leute, die fahren, vermarkten. Die muss man wirklich greifbar machen. Aber das hast du hier aber auch, Hans. Ich meine, wir hatten ja frühe Pferde, Singen, Klöving, Babesia. Nee, du musst jetzt... Viele kennen die gar nicht mehr. Du musst du Michael Nimczyk wirklich fassbar machen. Du musst Sarah Kube ein Idol machen. Ich nenne nur ein paar Namen. Aber man kann die Pferde nicht mehr ins Publikum kriegen. Man muss die Fahrer irgendwie da hinkriegen. Aber das ist doch genau das, was du auch geschrieben hast. Was ich jetzt hier habe, du hast ja gesagt, man muss die Leute, man muss einzelne Menschen bekannter machen. Man muss da quasi Idole draus machen. Ja, so macht man Idole. Weil Pferde macht man keine Idole mehr aus. Geht nicht mehr. Ronja Walter, die ist in Frankreich bekannt, die ist in Holland bekannt, die ist in Deutschland bekannt. Warum schaffen wir es nicht, wenn sie es möchte, sage ich mal ganz vorsichtig, sie einfach auch mal für einen Sportclub auf N3 oder WDR3 zu motivieren? Die Matzki-Schwestern, das sind doch wirklich engagierte, positiv denkende Menschen, die einfach auch eine Botschaft haben, die bodenständig sind. Also ich, wie gesagt, allein von den dreien bin ich total fasziniert und begeistert, wenn du dich mit denen unterhältst. Und diesen Spirit, den können die auch rüberbringen. Ein Pferd im Fernsehen kann kein Interview geben. Das kann ich über die Leidenschaft, über das Brennen erzählen. Und da bin ich voll bei dir, Hans. Da müssen wir komplett ansetzen. Ich bin selber Mitarbeiter von unserer Sportschau in Holland, Studio Sport. Und wenn ich ankomme und sage, ich habe ein Trabrennen, dann sagen die Startziel, ich sage, wäre schön, dann sagen, machen wir gar nichts. Die Leute schneiden Block Käse und kommen wieder zurück, bis es vorbei ist. Da muss eine Geschichte dahinter. Also der letzte Chance, die wir gehabt haben, war mit Timoko, als Timoko nach Holland kommen wollte, für den Preis der Giganten. Aber leider kam er nicht. Da haben die gesagt, da gehen wir hin mit dem Kameracrew. Wir machen da Bilder auf den Entrainement von der Reise, von dem Rennen und machen 20 Minuten Nationalsendung. Das geht noch. Aber sonst kriegt man kein Pferd mehr im Fernsehen. Geht nicht. Ich weiß nicht, ob du das noch mal sagen wolltest. Deswegen habe ich jetzt nichts gesagt. Nein, nein. Wir unterhalten uns ja nur und tauchen uns gerade aus. Deswegen, auch die Pferde, die du schon genannt hast, ich meine, ich bin ja auch seit, seitdem ich 16 bin, also jetzt seit über 30 Jahren, Freund des Trabrennsports, auch ich kenne viele Pferde nicht. Und das, ganz ehrlich, es interessiert mich auch nicht, was vielleicht ein Pferdenamen vor 20 Jahren war, sondern es interessiert mich jetzt, wie schaffen wir es, dementsprechend die Rennen interessant zu gestalten und nach außen hin zu vermarkten, weil nur das hilft uns gemeinsam weiter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich interessiert schon, aber das liegt auch daran, weil ich die eben persönlich live miterlebt habe und man seine Gefühle und Erinnerungen damit hat. Und du kannst natürlich, einen Stall könntest du auch noch gut aufbauen. Eine Story um den Stall ist auch noch aus meiner Sicht immer ein Thema. Stall November, gut, ich habe da ein Lokalkolorit in dem Fall, aber das sind so Sachen, der hat es doch gekonnt. Aber zum Beispiel Heinz Wevering, wenn du damit auf den Markt gehst, das ist unfassbar. Da ist nur ein Mann in der Welt, der mehr Rennen gewonnen hat und damit kann man auch in Deutschland Werbung machen. Wenn Heinz Wevering ständig im Fernsehen kommt, der Mann ist so auskunftsreich, also bessere Ambassadeur gibt es nicht, wenn du ihn ständig im Fernsehen bringst, ist er das Gesicht vom Trab- und Rennsport und Trab-Sport, also Rennsport brauchen wir nicht unbedingt, die retten sich selber, aber den Trab-Sport und wenn Heinz das ständig rüberbringt und sagt, jetzt habe ich ein tolles Pferd, das und das, dann sind die wieder da. So kommst du im Spiel wieder, aber das kriegst du nicht mit einem Elite-Rennen oder weiß ich was. Aber das ist das Ding, du sagst, dann sind wir wieder da. Die meisten glauben das nicht, was sie sagen. Und wenn du selber nicht glaubst, dass was eintritt, wie willst du es dann verkaufen? Und dieses Ding, das merkst du ganz vielen an, die erzählen irgendwas, was sie gerne würden, aber im Grunde genommen stehen sie da gar nicht für. Und das ist das Wichtige, dass wir erkennen, wer von uns ist in der Lage, das zu verkaufen und das zu glauben und das zu machen. Das hängt auch von der Region ab. Also wenn ich sehe, was in Berlin im Fernsehen ist, wenn ich sehe, wenn ich in der Derby-Woche da bin, Berlin TV hat jeden Tag ein Derby-Journal mit alles drauf und dran, das bringt etwas. Das lebt da. Man sieht überall die Bilder. Man sieht die Schilder an den Lanterne-Pfosten, alles. Naja, das ist ja genau das, was du sagst, wenn das in der Öffentlichkeit stattfindet. Ich möchte jetzt nur mal, ich bin kein Freund von Dart. Also ich finde das wirklich langweilig. Der hat eine rote Haare, der andere grüne Haare, der andere ist im Gesicht tätowiert, aber es findet in der Öffentlichkeit statt und die Leute haben da Bock drauf. Du siehst es ja, wie populär ist denn der Dart-Sport geworden? Ja, also ja, wegen den Holländern natürlich. Wegen den Holländern, ja. Es ist kurzweilig, es sind genau diese paar Minuten, die die Leute fasziniert und genauso sind wir auch im Trebbrennsport. Und ich hatte ja vorhin auch gesagt, die Kommunikation, und da klang es vielleicht so ein bisschen durch, Kritik am HVT. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mit dem Heinz Tell spreche oder mit Damaren Höfer spreche, wenn wir unseren Renntag organisieren, kriegen wir jede Unterstützung. Also ich finde das ganz toll von denen, wie die zu uns stehen, wenn du mit kreativen Ideen auf uns zukommst. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, haben eine andere Meinung dazu, aber auch mit dem Team Hamburg, wenn wir dort Ideen diskutieren oder wenn wir unseren Renntag hier haben, es kommen Ideen, man setzt sich hin und es wird gemeinsam umgesetzt. Und ich glaube, da ist noch dieses Fünkchen Hoffnung, da zu sagen, lass uns nach vorne gucken und lass uns versuchen, vielleicht dort gemeinsam Ansätze zu finden. Ich hatte, weil du Heinz Wevering gesagt hast, ich meine, ich kenne Heinz Wevering also nicht gut, aber ich kenne ihn halt vom Sehen und ich habe ja früher auch mit Pferden gearbeitet. Der war für mich immer ein Idol. Wenn ich an den denke, ist der Mann für mich drei Meter groß und ich wirklich klein, ich habe wirklich Respekt vor diesem Mann. Also ist immer noch der Allerbeste. Ich kann nicht ganz ehrlich gestehen, meine Pferde laufen in Berlin. Wenn es irgendwann geht, frage ich Heinz Wevering und nächstes Mal wird es gehen mit Heinz Wevering. Das ist mein Favoriter Fahrer. Ich war so froh. Mein Traum war, Heinz Wevering gewinnt ein Rennen für uns, für Iris und mich und das hat er getan mit Unforgettable, unforgettable von Unforgettable. Aber das ist für mich ein Traum und der Mann, wenn der hinter deinem Pferd sitzt, das ist unfassbar. Michael Schumacher ist ein schlechtes Vorbild, aber wenn der in den Wagen steigt und der macht mal eine Runde. Ich hatte mit Herrn Wevering vor drei Monaten, ungefähr zweieinhalb, drei Monaten telefoniert, weil ich ihn natürlich gerne hier beim Drabastammtisch haben möchte. Also ich weiß, dass er... Der wird auch kommen. Er wird kommen. Er hat mir das wirklich zugesagt. Er hat mir so ein, zwei Punkte vorgegeben, die er gerne erfüllt haben möchte. Ich sage es auch ganz ehrlich. Nee, nee, mach das nicht. Nee? Nee, bitte nicht. Okay, dann mach ich es nicht. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn er kommt und ich glaube auch, dass er das ideale Gesicht wäre, um den Sportpositiven außen zu vermarkten. Glaube ich auch. Also das ist ein Name und den braucht man nicht aufzubauen. Den braucht man nur nach vorne zu schieben und sagen, das ist der in Europa erfolgreichsten Fahrer, den es gibt und das ist unsere Trabrennsport. Und er könnte viel mehr Mentor für uns sein. Er könnte viel mehr aus Mittelgroßen Große machen. Also diese Funktion, die sehe ich da auch unglaublich. Wie so der Padre, der von oben raten die anderen so ein bisschen formt und die mitnimmt auf diese Reise. Und wenn er zu Renntagen kommt, wenn er hier kommt, kannst du damit werben und sagen, Heinz Wehring kommt. Jeder in Deutschland weiß, wer Heinz Wehring ist. Ja, er hat mir Dinge erzählt, was man schon machen könnte. Er hätte können vor 10, 15, 20 Jahren, die halt leider eben nicht gemacht worden sind. Ich glaube, von diesem Mann können wir eine Menge lernen. Und ich hoffe, dass wir ihn irgendwann hier haben und da würde ich mich auch natürlich sehr drüber freuen. Und ich habe trotzdem noch, wir haben jetzt auch nicht mehr allzu viel Zeit, jetzt noch gute 10 Minuten, dass wir unsere Stunde auf voll kriegen. Ich finde, das war bis jetzt sehr unterhaltsam. Ich fühlte mich unterhalten. Ja, ich mich auch. Ja, sehr kurzweilig. Das ist ja genau das, was wir wollen. Jetzt, ich habe noch ein bisschen was Negatives, also was Negatives, was jetzt gerade, der Ist-Zustand. Du schaust mich an jetzt. Ja, das geht um die Holländer. Okay. Engwerder und Hagort sind mit 30 Pferden nach Schweden gegangen, wenn die Zahl stimmt. Stimmt. Kurt Hores ist nach Frankreich gegangen. Ja. Meine Bedenken sind so ein bisschen, dass es Probleme geben könnte, wenn es wieder losgeht in Holland. Nee, gibt es nicht. Also ich war vorgestern bei Paul Hagort im Stall. Der hat 63 Pferde. Elf davon sind jetzt in Schweden, also hat immer noch über 50 Pferde. Engwerder genau das Gleiche. Die haben bis den 1. Oktober eine Stallung gemietet in der Nähe von Göteborg. Jeder 15 Boxen. Die werden die auch füllen. Das war nur eine Notlösung, weil in Holland gibt es immer noch nichts. Wir haben noch kein grünes Licht, nichts. Also wir können nur nach Schweden, Deutschland, Frankreich, Belgien gibt es auch noch nichts. Die Besitzer werden unruhig. Und die Jungs haben die beide größte Stalle von Holland. Die Leute haben viel investiert. Die Pferde kosten teilweise 100.000 Euro, vielleicht 70.000, 60.000. Die stehen nur da. Das geht nicht. Also die müssen eine Lösung finden. Die haben das jetzt gefunden. Paul ist jetzt mit 15 Pferden da. Aber da sind Pferde dabei. Die werden vorbereitet für den holländischen, deutschen Derby. Die werden nur in Schweden einige Rennen laufen, damit die Erfahrungen auftun. Und kommen dann, sobald es hier wieder losgeht, wieder zurück. Und dann wechseln die mit anderen Pferden. Und vielleicht hört der Stall irgendwann auch mal auf. Aber es war eine Notlösung, weil die Besitzer laufen weg. Sven hat es auch angesprochen. Die Besitzer werden unsicher. Man zahlt nur, da kommt nichts. Und der Trainer muss eine Lösung bieten. Und ich finde das wirklich sehr kreativ, was die jetzt gemacht haben. Und es funktioniert. Ich finde es auch kreativ. Und jetzt bin ich bei meinem nächsten Kritikpunkt. Ich muss das leider mal ansprechen. Es ist extrem schwierig. Du sagst es richtig. Wir haben jetzt wieder die Möglichkeit zu starten. Ihr in Holland könnt momentan nicht starten. Wir werden quasi erdrückt auch von guten Pferden. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Es ist sehr schwierig. Die Ausschreibungen geben streckenweise nicht anders her. Da laufen Pferde mit 20.000 gegen Pferde mit 100.000, 150.000 Euro Geld in den sogenannten Handicap-Rennen. Und ich kann dir nur sagen, also ich weiß, ich spreche auch mit vielen Trainern, mit vielen Besitzern, dass die ein Problem haben, ihre Pferde momentan zu starten, weil die sagen, warum soll ich mein Pferd mit 15.000 Euro gegen ein Pferd mit 100.000 Euro starten? Es gibt ja eh nur 500, in Anführungsstrichen, nur 500 Euro. Wie sollen wir nur Geld verdienen? Das liegt doch an der Ausschreibung, oder? Genau. Das ist das, was ich sage. Wir müssten unsere Ausschreibung verändern. Also das ist das Leichteste, was es gibt. Ausschreibung. Also man weiß, welche Pferde da sind. Man weiß auch, welche Pferde starten können. Da muss man die Ausschreibung so machen, dass die Pferde, die unten dran hängen, haben wir in Holland auch. Wir haben zum Beispiel Regio-Challenges. Da sind nur zugelassen Pferde, die in Holland gelaufen sind, in Alkmar, Groningen oder auf Gras. Das sind die Pferde, die normalerweise nicht in Wolfieger kommen. Die können aber in Wolfieger in ein Regio-Challenge starten für Wolfieger Geld, aber gegeneinander. Und das macht nichts, wo man startet, ob der Bahn schnell ist oder langsam, weil das sind alles langsame Bahnen. Wenn man mit langsamer Pferde auf schnelle Bahnen startet, aber die sind alle gleich langsam, dann wird es trotzdem ein schönes Rennen und die kriegen ihr Geld. Aber das hat nur mit Ausschreibung zu tun. Das ist Kreativität. Genau, das ist der Punkt. Das ist das, was ich so ein bisschen kritisieren wollte, weil wir wollen ja alle Spaß haben. Wir wollen nicht nur hinterherfahren gegen Vollbomber. Das ist schwierig. Wenn du ein Amateurfahren startest, Sven, möchtest du auch so ein ausgeglichenes Feld haben, wo du sagst, du kannst mal gewinnen oder Zweiter, Dritter, Vierter, da freust du dich auch oder wenn du vielleicht sogar Fünfter bist. Deswegen hatte ich auch gesagt, warum setzt man auch nicht bei den Ausschreibungen an, das auf deine Frage am Anfang zu kommen. Man kann ja auch mal sagen, lass uns das in drei verschiedene Kategorien unterteilen. Du hattest vorhin gesagt, Silber oder Platin. Ich hatte zum Beispiel mal die Idee gehabt, zu sagen, lass uns das doch in Gold, Silber und Bronze unterteilen. Und macht das auch mit Preisengeld. Ja, bei Gold, genau. Bei Gold ist es ein bisschen mehr, Silber ein bisschen weniger und Bronze weniger. Noch weniger. Und dass man einfach sagt, bei dem Gold wird zum Beispiel zweieinhalbtausend Euro Preisgeld bezahlt und da kommen Pferdereien, die 1,15, 1,16 maximal laufen. So in die Silberkategorie kommen meinetwegen Pferdereien, die bis 1,19 laufen und da zahlst du nur zweitausend Euro Preisgeld aus und dann ist die Bronzekategorie da meinetwegen für Nachwuchsfahren. Wir haben ja auch Nachwuchsfahrer da. Natürlich. Wir haben Nachwuchspferde da, die werden langsam herangeführt. Nachwuchsfahrer gibt es nicht so viel mehr. Nee, leider nicht mehr. Also Jan Thering müsste man wirklich klonen. Aber das ist doch genau der Punkt. Wir reden ja drüber nach, Ideen zu sammeln. Wie kriegen wir wieder neue Besitzer ran, neue Fahrer, neue Amateure ran. Lass uns doch diesen Bronzebereich meinetwegen bis 1.500 Euro nur dotieren. Den Leuten geht es doch am Anfang nicht unbedingt ums Geld. Sie möchten fahren. Sieht man ja auch in Gasost. Aber Entschuldigung, wenn ihr euch kurz unterbrechen. Ich finde, das ist extrem schwierig, jetzt jemanden auszubilden in Deutschland. Also wir haben ja momentan viele Trainer in Deutschland, die nur aufgrund ihrer Siege Trainer sind. Und wenn du in Deutschland ausbilden willst, musst du ja gewisse, ich sage mal, Psychologietests musst du zum Beispiel machen. Also du musst da irgendwas ablegen. Richtig? Ja, das ist so, dass du die Sophie Raschert bei... Da bestehen auch einige. Ja, wie sie schaffen, kann ich dir nicht sagen. Aber es haben doch tatsächlich einige bestanden. Aber Sophie Raschert zum Beispiel, die hat das gemacht. Ja, das kann ich verstehen. Die ist wirklich richtige Trainerin. Die dürfte ausbilden. Aber ich sage mal, so ein Tim Schwamer, Viktor Genz, die dürfen wir gar nicht ausbilden. Die haben nicht bestanden. Dann mach es anders. Dann formulier es anders. Dann nehmen wir diesen Bronze-Bereich für Leute, für Besitzer mit Enthusiasmus, wo die Pferde vielleicht nicht immer so 1,16, 1,15, 1,12 laufen, sondern einfach sagen, ich habe Spaß an meinem Pferd, ich möchte mein Pferd laufen sehen. Und ob das Pferd nun in einem Rennen über 2.500 Euro läuft oder über 1.500 Euro. Ich fahre auch mit Manni Walter mit meinem Pferd bis nach Gelsenkirchen, Dinslaken und so weiter. Und ich gucke nicht auf den Rennpreis. Ich möchte mein Pferd laufen sehen und ich möchte selber fahren. Ja, aber es gibt Leute, die gucken auf den Rennpreis. Und wir haben das in Wolfieger auch schon besprochen. Zum Beispiel, jetzt kommen all die Dreijährigen raus. Es gibt sehr gute Dreijährige, die laufen 14, 15, über den 2.000 Meter. Wenn du mit einem Pferd kommst, das 17, 18 läuft, möchtest du nicht hinterherlaufen. Also wir haben das besprochen in Wolfieger, in unserem Team. Da wird es Rennen geben für Pferde bis 2.000, dreijährig, also dreijährig, 2.000 irgendwie, aber mit einem ersten Preis von 2.500 und auch eine von 1.000 Euro für die gleiche Klasse. Und dann kann der Besitzer entscheiden, möchte ich lieber in den unteren Klasse oder in den oberen Klasse und dann hast du die Teilung schon. Du hast genau das Richtige gesagt, Sven. Man guckt nicht auf den Rennpreis. Ich will eine reelle Chance haben. Ich will eine reelle Chance haben, wenn ich mein Pferd starte, auch weit vorne. Es geht nicht immer ums Gewinn, aber einfach auch diese Vorfreude. Man denkt ja, du stehst ja morgens auf, du denkst an deinem Pferd, du denkst, wie geht es denn im Rennen? Kommt es gesund wieder rein? Auch diese Frage stellt man sich. Aber du willst ja auch dann mal so ein positives Gefühl nach dem Rennen für dich mitnehmen und sagen, genau dafür brenn nicht. Ich sehe es auch bei mir in den Amateurinnen. Ich fahre ja auch gegen Fahrrad. Die haben mehr Siege als ich Trainingseinheiten. Wo man dann einfach sagt, die gewinnen im Jahr. Ich komme vielleicht ein, zwei Mal die Woche zum Trainieren. Und wir reden ja auch darüber, wie bringen wir neue Leute an den Trabrennsport herbei. Und wenn du dann immer gegen einen, ich sage es mal, Jürgen von Holt fährst, den ich persönlich sehr schätze, ein dufter Typ, aber ich habe doch überhaupt keine Chance. Naja, der sieht die Rennen in dem Rennen schon mit ganz anderen Augen als Tufel. Der nimmt dich gar nicht ernst. Aber das finde ich so gut in Berlin. Da hat man, der Vergos hat das gemacht zusammen mit Stammer, den Stammer Group. Und da sind all die erfahrene Fahrer nicht eingeladen. Da gab es am Anfang Ärger. Die haben gesagt, warum können unsere Fähler nicht starten? Wir boycotten das. Das läuft voll, weil all die Leute, die normale Pferde haben, die sagen, endlich brauchen wir nicht gegen diese Leute zu fahren. Aber ich will die Leute auch nicht ausschließen. Die haben genug Rennen. Das sind super Leute, die haben Engagement, die tragen ja auch unseren Sport nach vorne, auch den Amateursport nach vorne. Ja, aber dafür gibt es genug Rennenswannen. Also wirklich. Deswegen sage ich ja, man muss auch an einem Renntag vielleicht zwei unterschiedliche Amateurinnen haben. Also in Mönchengladbach gibt es ja den Höfingscup zum Beispiel. Der ist ja von Otto Kleberbeck ins Leben gerufen worden. Der hatte ich auch mal mit Uwe drüber gesprochen. Der Mann von Nordsturm. Ja, genau. Ob er nicht, ich meine, das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Natürlich. Die machen dann ein Punktesystem und das Finale findet dann beispielsweise nächstes Jahr im Februar hier in Gelsenkirchen statt ist mit 3000 Euro notiert oder dreieinhalb. Ich sage jetzt einfach mal nur eine Zahl, aber dann arbeiten die Rennvereine miteinander und der Besitzer hat ja auch dann Interesse daran zu sagen, ich starte jetzt mal, wenn er nicht selber Amateurfahrer ist und hat nicht mehr als 25 Siege. Ich starte mein Pferd jetzt in dem Rennen. Ich finde das gut und vielleicht habe ich ja Glück, dann im Finale in Gelsenkirchen starten zu können und da steht eine schöne Dotation drüber. Ja, genau. So wie du sagst, man brennt ja auch dafür. Wenn ich ein Amateurrennen habe und die Ausschreibung ist durch und die Startangabe ist durch, ich sitze, glaube ich, drei oder vier Tage dann vor dem PC. Auf dem Klo. Nee, nein, gar nicht. Vor meinem Rechner und gucke mir meine Gegner an. Wie starten die, wie fahren sie, nehmen sie früh raus, nehmen sie spät raus und so weiter. Das machst du alles? Das mache ich alles. Mein Gott. Ja, wenn du keine Chance hast. Aber du bist auch oft unter die ersten drei. Ja, aber sonst habe ich ja keine Chance. Ich habe ein mittelmäßiges Pferd, ich bin ein miserabler Fahrer, muss man sagen. Letzte Fahrt warst du dritter, oder? Zweiter. Zweiter, genau. Ja, ich weiß noch. Dienstlagen, wo ich noch den Sieg verschenkt habe und das war wirklich aus Unerfahrenheit, weil ich in der ersten Runde zu weit reingezogen bin, da hat es ein bisschen geknallt an den Rädern und ich wollte niemanden gefährden. Für mich ist Sicherheit im Sport immer noch das Wichtigste. Habe ich in der Schlusskurve ein bisschen weit rausgezogen und damit habe ich die Lücke aufgemacht. Dämlich, erfahrungswert. Aber wie gesagt, ich bin mittelmäßiger bis schlechter Fahrer. Nee, nee, nee. So im Verhältnis. Im Verhältnis zu den Profis. Ja, zum Profi. Also du kannst dich nicht vergleichen mit Jörg Hafer oder ein Hans-Jürgen von Holt, aber mit uns beide bist du normal. Ja, aber es macht Spaß und du beschäftigst dich damit. Genau darum geht es. Es macht Spaß. Und so wie du sagst, dann hast du ein Rennen, wo du mit dabei bist. Und wenn du diese Rennen neuen Leuten anbietest, dann kriegst du auch neue Besitzer ran. Dann kriegst du auch neue Amateurfahrer ran. Dann kriegst du auch wieder Leute ran, die jeden Monat an die Profitrainer ihren Obolus zahlen, um dort ihr Pferd zu trainieren. Und die Zusammenarbeit mit Manni Walter seit drei Jahren, die ich jetzt hier in Hamburg habe, die läuft einfach hervorragend. Wir stimmen uns kurz ab, machen wir Dienstlaken, laufen wir links rum, laufen wir rechts rum, dann fährst du wieder bei mir. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da noch mehr Leute gibt, die dann wirklich auch wieder in den Trabrennsport investieren und einfach sagen, hey, wenn ich eine minimale Chance habe auf Spaß und noch eine etwas kleinere Chance auf ein bisschen Geld, dann bin ich mit dabei. Genau, das sehe ich auch so. Wolltest du noch was sagen, Hans? Ja, ein Ding, weil du hast den Traber-to-go-Ding hast du angesprochen. Was da rausgekommen ist, der Traber-Party und das ist natürlich hervorragend und damit hast du genau bezweckt, was du wolltest, viele Leute mit in den Sport ziehen und die sind enthousiasmiert. Das ist eine super Geschichte, die Go-Trab-Go-Truppe damals gewesen und auch die Traber-Party und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man vielleicht die ein oder andere Idee reanimiert, dass man vielleicht den einen oder anderen Enthusiasten nochmal vielleicht wieder mit dazu nimmt und einfach sagt, hey, lass uns nochmal zusammensetzen, lass uns doch nochmal vielleicht eine Gruppe bilden, einfach sich gegenseitig auszutauschen im Rahmen eines Renntages. Einfach nochmal zu überlegen, ist wirklich alles so schlecht oder kriegen wir doch nicht irgendwie nochmal die Kurve? Und ich hätte voll Bock, diese Kurve mit euch zu kriegen. Super. Ja. Ich finde das ist, ich finde ich auch, ich finde das ein ganz tolles Schlusswort. Wir sind drüber um vier Minuten. Ich hoffe, der Philipp ist jetzt nicht allzu böse auf mich. Wird ich dann extra bezahlt? Bitte? Wird ich extra bezahlt? Du kriegst extra Geld. Super. Nein. Am Ende sage ich, wir brauchen eine Ausschreibung für eine breitere Ausschreibung, um die Besitzer wieder anfangen zu können. Das ist meine Meinung. Ich fand das echt toll, dass wir jetzt heute wieder hier knapp über eine Stunde gequatscht haben. Wir haben tolle Gäste gehabt. Vorbei geflogen. Die Zeit, die vergeht, wenn man wirklich über interessante Dinge spricht, vergeht die Zeit. Genau. Und wir wollen ja nicht, weil du am Anfang gesagt hast, in der ersten 1 Stunde 45, oder du hast es gesagt, Sven, die ging irgendwie 1 Stunde 45. Weißt du das, Hans? Das weiß ich, ja. Okay. Da ist auch die Zeit verflogen, aber wir haben es halt einfach so ausgestrahlt dann. War auch nicht schlimm. Ich habe alle, was weiß ich, ja, alle Minuten habe ich geguckt. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, wir verabschieden uns. Wir haben, also jeder, ich bin kein Alkoholiker. Das ist wirklich, ich kann das hier rein zeigen, alkoholfrei, umgefüllt. Ich würde sagen, wir sagen einfach mal Prost, alle miteinander. Zum Wohl. Auf den Trappernsport und dass sich was Positives entwickelt. verabschieden uns, wünschen allen Gesundheit und viel Spaß an dem Sport und ich denke, wir werden uns in gut 4 Wochen wiedersehen. Ausbrochen. Mit den nächsten Ideen. Viel Spaß. .